Am Tag, als du nach Marseille geflogen bist, habe ich dich zum Flughafen gefahren. Ich lief durch einen Souvenirshop und sah diese Halskette. Sie war aus Gold mit dem Schriftzug Stillwater. Ich dachte, das wäre ein Stück Zuhause, das du mitnehmen kannst. Sind Sie in Marseille, um Urlaub zu machen? Ich besuche meine Tochter. Sind Sie der Vater der jungen Frau, der amerikanischen Studentin? Ja, Ma'am. Alison wollte hier studieren und da hat sie dieses Mädchen kennengelernt, Lena. Eines Abends fand sie Lena tot und rief die Polizei. Die haben sich nur dafür interessiert, dass Alison mit einer Araberin schläft. Ich habe sie geliebt. Ja, das weiß ich. Aber alle glauben, ich hätte sie getötet. Alle rechtlichen Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Ist Ihnen die Anwältin keine Hilfe? Nein, ich mache es im Moment allein. Ich könnte helfen. Wie heißt er? Maya. Maya, schöner Name. Sie passt gut auf mich auf. Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Niemand redet mit Ihnen, glauben Sie mir. Sie sind nicht von hier. Es ist gefährlich für Sie. Sie ist mein kleines Mädchen. Dad, bitte. Ich gebe nicht auf. Es wäre dumm, ein Verbrechen zu begehen, um die Unschuld ihrer Tochter zu beweisen. Das holt Sie nicht aus dem Gefängnis raus, sondern Sie kommen hinein. Herr, bitte pass gut auf Alison auf. Amen. Polizei. Wollten Sie, dass sie lügt? Ich will, dass meine Tochter freigelassen wird. Der Rest ist mir scheißegal. Jetzt klingen Sie wie ein Amerikaner. Gut, das bin ich. Ja, und Sie sind doch ein Fremder, ihr. Was hast du getan? Du musst mir einfach vertrauen. Den Sie, dass sie nicht wahrgenommen werden können. Danke. 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 Danke.